Barack Obama macht Tempo. Erst geht der neue US-Präsident ganz traditionell in die Kirche, dann nimmt er erste wichtige Weichenstellungen für seine Präsidentschaft vor. Sowohl den USA als auch dem Ausland will er zeigen, dass in Washington ein neuer Wind weht. Mitarbeiter der US-Regierung dürfen keine Geschenke mehr von Lobbyisten annehmen und die Spitzenverdiener an Obamas Seite können sobald keine Gehaltserhöhungen erwarten. Die Familien schnallen den Gürtel enger und das sollte Washington auch tun. Darum friere ich die Gehälter meiner leitenden Mitarbeiter im Weißen Haus ein. Obama schaltet sich in die Bemühungen um Frieden im Nahen Osten ein. Er telefoniert mit Verantwortlichen in der Region und er gibt bekannt, dass er das Gefangenenlager Guantanamo binnen eines Jahres schließen will. Umsetzen soll die neue US-Diplomatie vor allem Hillary Clinton. Sie wird vom Senat als Außenministerin bestätigt.